Hallo Nvidia Deutschland und liebes PimpMyPC Team. Ich wollte mich mit diesem Video bewerben bei euch. Und zwar möchte ich meinen PC gerne gepimpt haben. Ich habe nämlich so das ein oder andere kleine Problem. Ich zeige euch das am besten. Und zwar fangen wir erstmal damit an. Ich habe hier schöne Schutzhandschuhe gegen anti-statuscher Ladung. Da kann man ja direkt die Hand ziehen. Da soll ja nichts passieren. Also ich habe das so gemacht wie jeder normale Mensch. Wenn man neue Klamotten kriegt, bin ich erstmal gewaschen. Ganz leicht mit meinem Mainboard gemacht. Da ist dann folgendes passiert. Ich habe sie bei 90 Grad gewaschen und es ist eingelaufen. Sehr schlecht, aber ich kriege jetzt keine Grafikkarte, nichts mehr da drauf. Die ganzen Anschlüsse sind alle viel zu klein. Also ich bräuchte echt dringend ein anderes Mainboard. Das war meine eigene Schuld. Aber man macht es nun mal. Andere Klamotten direkt erstmal waschen. Und gut 90 Grad, ich weiß jetzt Bescheid, sollte man vielleicht nicht machen. Ich habe mir natürlich auch ein PSU dazu geholt. Also ein Power Supply für die harten Zockernächte. Sehr wichtig. Und ja gut, ich habe noch ein Netzteil. Das schwächelt auch so ein bisschen. Also da kann ich nicht viel mit machen. Mein Netzteil... Ich weiß nicht. Also das Mainboard ist halt jetzt eingelaufen, aber ich kann irgendwie nicht hier so... Also das bringt mir nicht viel. Ich kann es nicht mehr anschließen, das Netzteil. Es ging wahrscheinlich mal, aber keine Ahnung. Dann habe ich auch noch hier die Festplatte. Fest und Plattisse, aber da kommen keine Daten drauf. Kann ich nicht mitmachen. Grafikkarte bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Das ist die 660 TI von euch. Und wie gesagt, das Problem ist jetzt einfach, da das Mainboard eingelaufen ist, da kann man nichts mehr draufstecken. Ich brauche ganz genau ein anderes Mainboard. Bitte, bitte versucht mir zu helfen. Ich habe übrigens noch eine kleine Anmerkung. Und zwar wegen euren Treibern. Irgendwie viele Leute schimpfen ja, dass sie irgendwie nicht funktionieren. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere das mal selber. Ich habe mir beigebracht zu treiben. Das wäre dann so... Also wie man sieht, treiben kann ich. Waffe ich jetzt. Und laufen. Funktioniert 1a. Wenn das mit der Grafikkarte probierst, los, lauf. Die läuft nicht. Ich würde sagen, die Dinger sind zickig. Also der Hund hört. Ich habe gut gelernt. Ich kann treiben, aber die Grafikkarte nicht. Alles klar, das war's. Bitte, bitte. Und naja, viel Spaß. Bis dann. Tschau.